Ahoi und herzlich willkommen ihr Lieben zu einem weiteren Guide zu Rise of the Ronin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Guide heute widmen wir uns einmal der Region Bahamishi, die wir auf 100% bringen möchten und starken tun wir dafür mit einem Banner, was wir hier am Gasthaus haben. Ich habe schon entfacht, deswegen zeige ich euch trotzdem nochmal einmal ans Banner ran und weiter geht es dann mit einer Truhe, meine Lieben. Und zwar, ich zeige es euch immer auf der Karte, laufen wir einmal zur Truhe hin. Da links in der Ecke am Haus sehen wir schon, laufen wir einmal hin, öffnen die Truhe, am besten auch von der richtigen Seite, öffnen die Truhe und können die damit schon von unserer Liste streichen. Weiter geht es dann mit einem weiteren Banner, meine Lieben. Und zwar ist es nämlich hier das Schneidebanner, was sich am Dojo befindet. So laufen wir hier einmal zum Haupteingang des Dojos und dann haben wir hier auch schon das Banner direkt. Dojo ist natürlich wichtig, um unsere Waffenfertigkeiten weiter aufzuwerten. Und es geht weiter, meine Lieben. Wir haben wieder einen Flüchtigen, den wir zur Strecke bringen müssen. Dazu laufen wir hier einmal zwischen den Gebäuden lang, besiegen die Gegner samt den Flüchtigen und haben ihn somit auch schon zur Strecke gebracht. Aber das war es beim Weiten noch nicht, meine Lieben. Wir haben nämlich noch eine Truhe, die wir einsammeln können. Dazu springen wir hier aufs Dach und wollen auf das Gerüst einmal, wollen nicht runterfallen, noch einmal aufs Dach drauf. So, und jetzt wollen wir vom Dach zum Gerüst springen. Einmal hier rein, rechts die Treppe nach unten. Und dann haben wir nämlich rechts neben uns die Truhe. Na komm, lass mich da vorbei. Danke. So, und dann haben wir die Truhe, die können wir dann auch schon von unserer Liste streichen, meine Lieben. Und weiter geht es dann mit einem Schrein, den wir noch einsammeln können. Denkt immer dran, meine Lieben, Schreine sind immer wichtig, um Fertigkeitspunkte zu kriegen. Laufen wir einmal hin, an den Schrein ran und beten wir einmal und kriegen so auch den Fertigkeitspunkt. So, das war aber noch nicht alles. Und zwar, was wir jetzt machen, wir haben einmal die öffentliche Ordnung und ein, ja, ich sag mal, ein Gebäude, was wir entdecken können, ein Denkmal. So, laufen wir hier einmal hin. Hier haben wir das Wahrzeichen, so heißt es, das Wahrzeichen besucht. Und wenn wir jetzt weiterlaufen, haben wir nämlich nochmal die öffentliche Ordnung. Ich zeige es euch nochmal eben auf der Karte. Da ist es, die öffentliche Ordnung, die wir einmal herstellen können. So, greifen, das sind leere an. So, greifen die Gegner an und stellen somit dann natürlich auch die öffentliche Ordnung wieder her, meine Lieben. Und die schöne Cutscene kommt. Wirklich ist eins der Highlights in dem Game. Ich finde die Cutscene immer wieder aufs Neue geil. So, aber das war es noch nicht, meine Lieben. Wir haben noch ein paar Sachen einzusammeln. Dazu machen wir einmal die Karte auf und haben hier eine Katze, die wir einsammeln können. Laufen wir auch von dem Banner hier aus. Einmal hier über die Wiese nach unten. Und dann sitzt die Katze nämlich da gleich auch in einem Baum. Möchte von uns natürlich gestreichelt werden. So, einmal streicheln. Sehr gut. So, und wer aufgepasst hat, meine Lieben, hat gesehen, dass wir oben noch eine Katze haben. Und die holen wir uns auch. So, also einmal mit dem Enterhaken wieder nach oben. Und dann laufen wir Richtung Katze. Dies ist dort oben auf dem Turm. Das heißt, wir laufen einmal zum Turm hin, ziehen uns da jetzt gleich mit unserem Enterhaken hoch. So, hoch mit uns. Und dann sitzt da auch schon direkt die Katze. Können wir sie einmal streicheln. So, eine letzte Sache fehlt uns noch, meine Lieben. Und zwar haben wir noch eine Truhe. Ich zeige es euch eben. Die sammeln wir natürlich auch noch eben ein. Einmal hier runtergesprungen. Und dann wollen wir jetzt quasi hier einmal hoch. So, einmal hier noch alles kaputt machen auf dem Weg. Hier links einmal ins Gebäude rein. Und dann haben wir da auch schon die Truhe, meine Lieben. Und haben damit das Gebiet zu 100% erledigt. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen, meine Lieben. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir das Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, macht's gut. Bis dahin.